Ein Teenager zu sein kann verdammt hart sein. Man versucht sich anzupassen, checkt wer cool ist und wer nicht. Aber wenn du dich nicht anpasst, dann hast du echt gelost. Stellt euch mal vor, eine 100 Kilo Teenie-Docke zu sein diesen Sommer. Ey, schlaf nicht ein davon! Bleib cool, Alter! Vorhersage? Sonnig mit Aussicht auf Sabat! Mann, lass mich vorbei! Mama Duke Demnächst im Kino